Würde mir bitte jemand verraten, was zum Teufel hier vorgeht? George, draußen sind mindestens fünf ernsthaft gestörte Killer unterwegs, um uns zu töten. Sie können uns entweder helfen oder sich verpissen. Sie sagen ernsthaft gestört, wen meinen Sie? Terroristen? Nennen Sie sie, wie Sie wollen. Komm endlich, wir gehen. Warten Sie. Niemand geht irgendwo hin. Ich hab schon lange auf einen Probelauf hiervon gewartet. Wenn es ein Terrorist ist, töte ich ihn. Seht euch an, wie Sie das schlucken. Reizend. Sind das die kleinen Mistsäcke? Okay, zurücktreten. nicht nur an, wie Sieいる. Ja? Sie sind nicht so zu machen.